Ihr wollt wissen, wie ihr 2024 völlig legal ins Aschetal kommt? Das Aschetal im Übrigen ist dieses Gebiet hier oben in der Ecke, was schon eine ganze Weile im Spiel drin ist und von Star Stable aber sehr, sehr stark vernachlässigt wurde. Es war ein altes Projekt und derzeit liegt es schon eine ganze Weile brach. Aber wie kommt ihr da eigentlich rein und dürft ihr das überhaupt? Das erkläre ich euch jetzt. Dafür nehmt ihr als erstes einmal einen Portpunkt im Dinotal, also entweder das Tor aus Eis oder Nick Stonegrounds Lageplatz. Das ist eigentlich ziemlich egal, denn beide sind ungefähr gleich weit weg. Bei beiden habt ihr ja nur so ein bisschen einen anderen Weg. Aber während wir uns jetzt dorthin begeben, wo es ins Aschetal geht, werden wir so ein bisschen darüber reden. Star Stable hatte einmal dazu gesagt, dass man für diese Kletteraktionen auf keinen Fall bestraft wird, aber dass sie dazu ganz klar ein Statement abgeben, wenn man in irgendeinem Bereich festhängt und nicht mehr rauskommt. Das ist jetzt beim Aschetal nicht das Problem, aber ansonsten haben sie gesagt, wenn man irgendwo festhängt, kann es sein, dass man da dann auch eine Weile festhängt, weil der Support einen dann rausholen muss und so weiter und so weiter. Also im Endeffekt, ihr könnt ohne Probleme klettern und in neue Bereiche reinkommen, aber wenn ihr dann irgendwo drin festhängt, ist es erstmal euer eigenes Problem. So hat Star Stable das Ganze kommentiert, aber das ist beim Aschetal überhaupt kein Problem, da das Aschetal eben nicht durch irgendwelche magischen Wände blockiert ist, sondern einfach nur durch eine ganz normale Wand, über die man ganz einfach drüber klettern kann. Also das ist, was jetzt gerade Star Stable erwähnt hat, nur dahingehend relevant sollte man in ein Gebiet klettern, wo irgendwie eine Wand ist, die man dann eben nicht mehr übertragen kann und man dadurch sich nicht mehr rausporten kann, also nicht mehr abholen lassen kann. Das ist aber beim Aschetal nicht der Fall. Beim Aschetal ist die Wand übrigens so niedrig, dass man nicht mal irgendwelche großartigen Tricks benutzen muss. Von daher ist das hier überhaupt kein Problem und ihr könnt das ohne Probleme machen, genauso wie wenn halt mal ein Bereich in dem Areal wäre. Also wenn man da ganz normal drüber klettern kann, ist das für Star Stable niemals ein Problem gewesen. Ihr begebt euch also nach langem Reit dann hier so in das Areal hier oben. Also wir müssen im Endeffekt, seht ihr das hier, in diese Querverbindung, in diese Wand, da müssen wir hinkommen. Wir reiten also in Richtung von der Kammer des geheimen Steinmetzes. Und da gibt es dann, naja, drei Knackpunkte, würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen, da es eigentlich wirklich gar nicht schwer ist. Als erstes begibt ihr euch durch diesen Wald hier. Nehmt so als Anhaltspunkt irgendwie so diese Eiszapfen hier, das kann man eigentlich ganz gut erkennen auf die Entfernung. Da müsst ihr dann vorbeireiten. Hier wäre übrigens dann diese Kammer des Steinmetzes, hier links von uns, wenn ihr so einen Anhaltspunkt nehmen wollt. Und hier ist jetzt so der erste Knackpunkt, denn ihr braucht ein bisschen Schwung und dann am besten so ein bisschen schräg. Denn das Ziel ist es eigentlich nur hier nach oben zu kommen. Und dann müsst ihr so ein bisschen hüpfen, weil jedes Mal, wenn ihr hüpft, resettet so ein bisschen eure Position. Und damit könnt ihr weiter nach oben kommen. Und das war es eigentlich schon. Im Endeffekt sind wir jetzt schon im Aschertal. So, ihr habt gesehen, überhaupt kein Problem, gar kein Drama. Denn, huch, hier ist schon das Aschertal. Und jetzt ist es das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, heißt es, von hier bis zu diesem Hüttchen kommen. Das ist auch super einfach. Dafür müsst ihr einfach nur hier so ein bisschen nach oben kommen. Kann sich so ein bisschen schwieriger, äh, naja, darstellen ja nicht wirklich eigentlich. Also ihr müsst halt nur gucken, dass ihr hier so nach oben kommt. Gibt so ein paar Wege. Einmal könnt ihr das hier so machen. Und jetzt nehmt ihr ungefähr so dieses Haus ins Target, also ins Ziel. Und dann ist es wichtig, dass ihr ungefähr so. Also nehmt ungefähr diesen Vulkan, den ihr da hinten habt. Und dann ist es wichtig, dass ihr nicht zu weit nach links geht. Denn wenn ihr jetzt hier zu weit nach links geht, seht ihr hier hinten. Mal da mal ein bisschen hochgehen, ohne dass wir da reinrutschen. Hier, wenn ihr hier reinkommt, müsst ihr euch abholen lassen. Denn in diesen Bereichen hier kommt ihr nicht mehr raus. Das ist gar keine Möglichkeit mehr. Wir nehmen aber den Weg hier, weil das so ein bisschen leichter ist. Also wenn wir ein bisschen abgesichert, dann hüpfen wir einfach nur über diese Zacken hier drüber. Jetzt sind wir jetzt dann so weit, dass wir eigentlich uns nur noch hier so nach unten fallen lassen können. Wir müssen eigentlich nur noch langsam dann nach vorne. Immer so gucken, dass wir ein bisschen beschleunigen, dass wir uns dann immer hier rüber begeben können. Das Ziel ist es, hier nach drüben zu kommen. Hier so hin. Das ist so das Ziel. Denn wir möchten diesen Weg hier so nach unten. Da möchten wir eigentlich hin. Deswegen immer so ein bisschen nach unten. Ihr könnt immer mal so ein bisschen mit dem Foto-Modus arbeiten. Wenn ihr da meint, dass ihr dann ansonsten stürzt, wie ich jetzt auch gerade... ...könnt ihr immer so ein bisschen im Foto-Modus euch bewegen. Dann geht das super einfach, wie ihr gerade gesehen habt. So, und hier sind wir jetzt eigentlich schon durch. Denn da vorne, ein Meter weiter, da sind wir nämlich schon zu Hause hier. So, und schon sind wir drüber. Ist wirklich gar nicht schwer. Und auch überhaupt kein Problem. Hier könnt ihr dann jederzeit raus. Und hier ist das Aschertal. Da sind wir schon drin. Sind wir über die ganzen Wände drüber geklettert. Und hier kommt jetzt ab und zu so eine Warnung. Gleich. Diese Warnung hier. Diese Gegend ist unsicher. Wir geben nicht zurück auf den Weg. Das ist keine Systemnachricht. Also das ist jetzt nicht, dass ihr hier gebannt werdet oder so. Das Aschertal war damals geplant, dass man eben hier immer auf dem Weg bleiben muss. Weil die Vulkane sind super gefährlich. Und dadurch kommt diese Meldung hier, weil wir eben auf dem Weg bleiben sollen. Also das ist jetzt nicht, dass wir jetzt hier irgendwie da Probleme bekommen oder irgendwas. Und dann könnt ihr euch das Ganze einfach mal so ein bisschen angucken. Ist halt noch ein absolutes Work in Progress Gebiet. Ist super lange schon nichts gemacht worden. Also wenn das irgendwann mal rauskommen sollte, müssen sie es wirklich nochmal komplett polieren. Weil das ist alles noch die ganz, 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 ganz alte Star Stable Sache hier. Also noch von vor acht, neun Jahren teilweise. Das Aschertal ist schon sehr, sehr lange hier nämlich drin. Ihr seht auch, dass die ganzen Sachen hier alles gar keine Texturen wirklich. Zumindest keine Hitboxen haben. Und ihr könnt hier einfach reinlaufen. Und habt dann einfach auch die Möglichkeit, hier euch im Aschertal aufzuhalten. Ohne, dass es irgendwie welche Probleme gibt. Könnt ihr einfach hier rumlaufen. Seht dann hier diese ganzen Wege. Könnt auch hier wieder raus. Müsst dann halt nur gucken, dass ihr da an der Seite rausgeht. Da ihr ansonsten nicht mehr nach oben kommt. Denn ihr seht ja hier, dass es da so eine Wand gibt. Ihr müsst halt schauen, dass ihr da hochkommt. Wo es eben gerade keine Wand gibt. Und das ist im Endeffekt das Aschertal. Mehr gibt es hier nicht. Also ihr könnt hier gerne rumreiten. Ihr könnt hier gerne irgendwelche... Ja, was kann man hier machen? Sightseeing-Tour machen. Aber mehr ist es hier wirklich nicht. Also mehr gibt es im Aschertal gar nicht zu sehen. Und ansonsten habt ihr hier auch ein paar sehr, sehr alte Texturen teilweise drin, die es auch nirgendwo anders mehr gibt. Weil es halt einfach schon lange nicht mehr von Star-Saber so gemacht wurde. Das hat das Team ganz, ganz früher, war da mal ein Plan für. Aber das Team, was das früher gemacht hat, das arbeitet eigentlich zu 99 Prozent schon gar nicht mehr bei Star-Saber. Aber deswegen weiß ich gar nicht, ob hier jemals noch was in der Art kommt oder ob das einfach aktuell als Platzhalter genommen wird, um eben zu zeigen, ja Gott, hier ist halt gerade noch was. Aber das wird so, wie es jetzt ist, auf keinen Fall in näherer Zukunft oder irgendwann anders reinkommen. Das ist auf jeden Fall das Aschertal derzeit. Und wenn ihr wissen wollt, wo der normale Weg übrigens rein war, könnt ihr gerne auch mal so diesem Weg hier folgen. Und da kommt ihr nämlich dahin, wo irgendwann mal die Öffnung geplant war oder ist. Denn wenn ihr den Weg hier so bis zum Ende reitet, kommt ihr nämlich zum Dinotal. Und das seht ihr nämlich hier. Hier ist der Weg, wo es dann ins Dinotal gehen würde. Also hier kommt ihr dann, wenn ihr aus dem Dinotal kommt, nämlich rein. Und zwar genau von da, wo dieses Verschüttete ist. Da kommt ihr dann ins Aschertal rein. Und hier würdet ihr dann eben ins Aschertal reinkommen. Ich bin gespannt, wie gefällt euch das Ganze? Was sagt ihr so zum Aschertal? Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.